Hallo Herr Seekräuter und Willkommen zurück zum kurzen Ausblick, ich möchte euch auf den aktuellen Stand bringen, denn der französische Kapitän Philipp Aubinot wird verändert, der ist nicht mehr ganz so heldenmäßig wie er vorher war, verändert wird scharf geschaltet, da war es vorher so, dass wenn man den vernichtenden Schlag hatte, man 10% Ladezeitreduktion bei den Torpedowerfern und den Hauptbatteriegeschützen usw. bekam, jetzt ist es eben so, dass man nur noch 5% bekommt, das war Wargaming einfach zu viel, zu stark, man hatte dann zu stark Einfluss auf das Gefecht, wenn man gleich am Anfang zum Beispiel vernichtenden Schlag bekommen hatte. Der Funke des Widerstands bleibt unverändert, Eroberung unterstützt, bringt jeweils 1% Brandwahrscheinlichkeit beim Gegner, das will man erstmal so lassen und Tempo und Konstanz, so wird das wahrscheinlich ja gemeint sein, ja, das war vorher so, dass wenn man 1 Mio. potenziellen Schaden bekommen hat, erhöhte sich die Schiffsgeschwindigkeit um 10%. Jetzt braucht man 2 Mio. potenziellen Schaden und dann erhöht sich die Schiffsgeschwindigkeit nur noch um 8%. Wie bei dem ersten, bei dem scharf geschaltet und auch hier bei Funke des Widerstands, ist es hier halt auch so, dass diese ganze Geschichte nicht bei Clan-Gefechten zählt. Ist interessant, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ein heroischer Kapitän mit besonderen Fähigkeiten genervt wird. Also der russische Kapitän bleibt zum Beispiel unverändert, man beachte, um es mal so auszudrücken. Und dann habe ich hier noch ein Browserfenster für euch und zwar gibt es ja Flugabwehränderungen aktuell und jetzt hat man beim ersten Test festgestellt, dass da ein Bug innerhalb der Mechanik gab. Es war nämlich immer so, dass jedes Mal, wenn man quasi einmal in die Langstreckenflugabwehr geflogen ist, bekam man 3,5% abgezogen. Dann gab es wieder einen Abzug für den Einflug in die mittlere Reichweite und dann wieder einen Abzug für den Einflug in die kurze Flugabwehrzone. Das soll natürlich nicht so sein, sondern man soll ja eigentlich nur einen Abzug bekommen, wenn man in die erste Zone einfliegt. Und das alles auch nur dann, wenn man den Luftabwehrsektor aktiviert hat. Also das, was man ab diesem kommenden Update dann mit der Taste O macht. Man guckt in eine Richtung, links oder rechts vom Schiff und drückt dann die Taste O und dann steigert sich da die Flugabwehreffizienz und dann hat sie wieder einen Cooldown und so eine Sache. Also da gab es einfach einen Bug, der wurde jetzt behoben, ist auch gut so, weil der Schaden war relativ stark. Und dann geht es nochmal weiter, dass hier die ganzen Verteilungen nochmal ein bisschen angepasst wurden. Also 3,5% Initialschaden für Battleships, Cruiser und Aircraft Carrier, also Schlachtschiffe, Kreuzer und Flugzeugträger und 5% Schaden eben für Zerstörer. Ganz interessant ist, dass Wargaming offiziell offensichtlich vorhat, das ist auch eine der Sachen, die ich schon längere Zeit vermutete, den Damage-Floor allgemein erhöhen möchte. Also um das jetzt mal zu veranschaulichen, vorher war es vielleicht so möglich, dass man Schaden zwischen 1.000 bis 1.000 Punkt im Durchschnitt genommen hat. Wie gesagt, das sind jetzt willkürliche Zahlen und jetzt soll es eben möglich sein, um diese Bandbreite des Schadens etwas zu erweitern, dass man eben 1.000 bis 10.000 Schadenspunkte innerhalb von einem vorgegebenen Wert, von einer vorgegebenen Zeit verursachen kann. Einfach, das soll einfach dafür sorgen, dass es für euch als Spieler draußen deutlich einfacher wahrnehmbar ist, ob ihr ein starkes Luftabwehrschiff habt oder eben nicht. Und ja, der Kapitän des Flugzeugträgers muss das natürlich auch irgendwo vertraften können, ein Stück weit zumindest. Prinzipiell soll es immer noch so ein bisschen eingebremst werden, dass man zu viel mit seinen Flugzeugen machen kann. Aber in dieser Variante jetzt ist es erstmal so, dass ihr, wie gesagt, diesen verbesserten Flugabwehrbereich habt, aber dafür die Flugzeugträger ein paar mehr Flugzeuge dazu bekommen. Ihr seht es hier, die Bomber werden hier erhöht. Hier hat die Staffel dann 4 statt 3 die Torpedobomber, auch von 3 auf 4. Das ist jetzt beim T4. Gucken wir uns doch mal hier so einen T8-Träger an, zum Beispiel bei den Japanern. Da gibt es bei den Standard-Torpedobombern eine Erhöhung von 6 auf 8 Flugzeuge. Bei den erforschbaren Torpedobombern eine Erhöhung von 8 auf 10. Außerdem werden dann die angreifenden Flugzeuge irgendwie, glaube ich, auch verändert. So wie ich das hier verstehe, sind Number of Stock Bombers in this squadron increased fall. Achso, das hier sind die normalen Bomber von 6 auf 9 und die angreifenden Bomber wird von 2 auf 3 erhöht. Aha, also bei den normalen Bombern gibt es dann 9 Flugzeuge, die vom Flugzeugträger starten. Und wenn ihr dann angreifen wolltet, dann gibt es eben 3 Bomber, die angreifen. Vorher waren es nur 2. Also die Anzahl der Anflüge ist damit natürlich nicht erhöht worden, aber dafür habt ihr einfach eine höhere Schlagkraft, weil ihr mehr Flugzeuge dabei habt. Und ja, das geht hier halt überall so weiter. Kann man hier durchgucken bei dem T4-Träger, beim T6-Träger der Amerikaner und so weiter und so fort. Das sind die Änderungen, die es jetzt erstmal auf dem Test-Server weiter zu erspielen gibt. Und dann gibt es weitere Bugfixes, also Fehler, die behoben werden sollen. Und zwar dieser Fehler auch, ich weiß nicht, ob ihr das schon gehabt habt, aber wenn ihr halt auf eine Insel zugehalten habt und der Kollisionsalarm losging, obwohl ihr die ganze Geschichte deaktiviert habt, gab es eben Irritationen mit den Schaltungen des Ruders. Ja, also ich habe das zum Beispiel auch schon in Zufallsgefechten oder auch im Livestream euch schon gezeigt, dass ich ab und zu in so Situationen kam, da habe ich das Ruder voll nach links gelegt und dann kam ich auf eine Insel zu und der hat das Ruder plötzlich selbstständig von ganz nach rechts gelegt, ohne dass ich eine Taste gerückt habe. Also eine Sache. Und genau das soll hiermit dann behoben werden. Ich bin sehr froh darüber, dass das mit dem nächsten Update dann endlich schon wieder vorbei ist. Ja, außerdem gab es Änderungen beim Autopiloten, der dann nicht richtig funktioniert hat, das wurde nicht richtig angezeigt und so weiter. Also, das ist jetzt auch alles Work in Progress, wie ihr das wisst, ist ja eben vom Public Test, öffentlicher Test Runde 2. Ich wollte euch nur die Informationen gleich mitgeben, damit ihr Bescheid wisst, dass der Kapitän der Franzosen möglicherweise gar nicht so stark wird, wie das ursprünglich angekündigt wurde und dass sich halt auch Änderungen bei der Luftabwehr weiterhin ergeben werden. Ich danke für eure Zeit und wir sehen uns im nächsten Video hier auf dem Seacross-Kanal und dann vielleicht auch im nächsten Livestream. Haut rein, ciao, ciao, habt eine gute Zeit. Euer Seacross-Team, euer Andi.